Pürlo, eine Täuschung und damit schafft er den Platz für Marquisio. Hartz sieht den Ball spät. Pürlo, eine Täuschung und damit schafft er den Platz für Marquisio. Hartz sieht den Ball spät. Pürlo, eine Täuschung und damit schafft er den Ball. Pürlo, eine Täuschung und damit schafft er den Ball. Radio Badelti, Schottman. Untertitelung des ZDF, 2020